So, stell du dich mal bitte hier hin. Nope. Das war jetzt nicht so wirklich das, was ich erhofft habe. Wie habe ich das denn jetzt gerade gemacht? Ganz viel Glück, glaube ich. Nicht so? Oh, ich habe meinen Finger nicht drauf. Oh, 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 oh. Nein. Oh, bitte, bitte. Yes. Ich würde auch so rüberkommen. Gut. Oh, hätte ich nicht... Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh, Gott sei Dank. Nein, warum drücke ich denn das Rrrrrr? Bin ich froh, dass es funktioniert. Oh, nope. Nichts. Oh, nein. 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 Jetzt aber. Erst mit Rot, dann mit Blau rüberdäschen. Was war das? Oh, ich wollte dashen. Äh, ich wollte Doppelsprung machen. Was nicht funktioniert mit der Blauen. Oh, ho, 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 ho. Oh, mein Gott, ich bin dringend. Ah, 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 ah. Oh mein Gott. Sind mir meine Finger gerade eingeschlafen. Himmel. Wie kommt jetzt noch mal ein Kampf? Auge? Äh. Okay, wenn das bleibt, ist es okay. Finde ich nicht schlimm. Okay, das ist schon eher schlimm. Oh, noch mehr. Oh, ja. Ich habe auf Modus gedrückt und nicht auf Start. Auf mein Back. Ah, Gottes Willen. Ah, okay. Oh. Ja, okay. Okay. Mega. Oh, ich habe mich nicht versteckt. Das war falsch. Oh, mein Gott. Ja. Oh, ja. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, Oh. Oh, ich weiß nicht. Nein, ist ja falsch! Oh, yes! Oh, das wird wieder Ewigkeiten dauern. Oh, das ist ein Bell. Oh, das ist ein Fisch. Oh, das ist um einiges schwieriger als erwartet. Krass! Und ich finde die Geräusche super süß, was er da macht. Oh, das ist ein Fisch. Oh, das ist ein Fisch. Oh, das ist ein Fisch. Okay. Oh, das ist ein Fisch. Oh, das ist ein Fisch. Oh, yes! Oh, das war gut, dass ich den ausgewichen bin. Oh, das ist ein Fisch. 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 Sondern wenn ihr irgendwas habt, wie ihr kämpft oder wie ihr gekämpft habt, gerne probiere ich das aus. Ich muss zugestehen, dass ich mit der Kampftechnik immer noch nicht super vertraut bin, mit welchen Kombinationen man da kämpfen kann und was wo wie am besten klappt. Ja. Wenn das Spiel vorbei ist, werde ich das wahrscheinlich draufhaben. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Dann wünsche ich euch jetzt noch eine wunderschöne Restwoche und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.